Guten Abend miteinander, herzlich willkommen zur nächsten Episode StrickerTV. Wir erleben seit ein paar Jahren den absoluten Wahnsinn, die Aufklärung, den Humanismus, all die grossen Errungenschaften der letzten Jahrhunderte, die wurden aufgegeben. Wir hatten den Katholizismus gezähmt, die Religion ein Stück weit kastriert. Und jetzt also, als wir gedacht haben, wir hätten das alles ein Stück weit überwunden, kommt eine neue Psychoreligion über, nicht nur das Land geschwappt, sondern der ganze Westen wird davon erfasst. Er ist lustfeindlich, er ist humorfeindlich, er ist menschenfeindlich, er ist lebensfeindlich. Diese ganze Vogue-Bullshitter-Kultur, die einem das Denken am liebsten verbieten möchte, weil sie das aber nicht können, weil sie immer noch nicht in die Köpfe reinschauen können, auch wenn sie behaupten, sie könnten es tun und genau wissen, was jemand genau gedacht hat, wenn er irgendetwas sagt oder tut. So können sie doch immerhin seine Worte kontrollieren. Und wir erleben nun eine Art Moralpolizei, die für jeden Menschen eigentlich als Zumutung gelten müsste. Man müsste sich empören darüber, dass nun eine neue Priesterkaste über unsere Länder schwappt und uns unsere ureigenen Rechte einfach kappen will. Sie benutzen dafür nicht mal primär das Justizsystem, auch wenn es mittlerweile verboten ist, zu sagen, dass jemand, der schwul oder lesbisch ist, eine psychische Krankheit hat, ist nicht meine Meinung. Aber ich sehe nicht, warum man das nicht als legitime, zumindest als legale Meinung zulassen kann, in einem Land wie die Schweiz, das sich doch einmal gerühmt hat, aus dem Freiheitsgedanken heraus entstanden zu sein. Stattdessen haben wir jetzt wieder eine Art von fremden Moralaposteln, die ihr Gedankengut in die Schweiz tragen. Und wir haben eine neue Zunft, eine neue Abteilung von Vögden, maßgeblich aus dem linken Spektrum akkuriert, die ein großes Vergnügen haben, den Menschen die Freiheitsrechte einzuschränken, zu bestimmen, was sie sagen dürfen, wie sie handeln müssen. Und man könnte darauf eigentlich verzweifeln. Und ich habe letztendlich ein bisschen mehr oder vertieft versucht, darüber Gedanken zu machen, was denn die Lösung dieses Problems ist. Und ich habe das schon ein paar Mal gesagt, Andrew Breitbart hat mal gesagt, Politics is downstream of culture. Das heisst, die Kultur, die herrschende Kultur beeinflusst die Politik, die wir in unseren Ländern vorfinden. Und wenn das so ist, dann müssen wir halt eben die Kultur ändern. Und es fragt sich einfach, wer tut das? Weil wir im Westen keine nennenswerten Intellektuellen haben, die irgendwo im Mainstream stattfinden. Ich würde zwar so weit gehen und sagen, wir haben grundsätzlich einen grossen Mangel an Intellektuellen, die die Sicht planen, die Vogelperspektive auf unser aller Leben wagen und versuchen zu beschreiben, in was für einer Situation wir uns genau befinden. Eben diese Parallelen mit dieser lebens- und lustfeindlichen, fast eben schon urkatholischen Welt, dieser Moralapostel, diese Frömmelei, die das irgendwie passend beschreiben und vielleicht auch Lösungen aufzeigen, wie man da wieder herauskommt. Ich denke, hier haben wir einen echten Mangel an alten Denkern. Wir bräuchten vielleicht jetzt einen Max Frisch oder einen Friedrich Dürrenmatt oder meinetwegen auch ein paar deutsche Größen, die richtig kritisch, nicht nur kritisch über den Zustand der Gesellschaft sprechen, sondern eben auch einordnen, wie es dazu gekommen ist, dass wir sind, wo wir sind. Elon Musk hat dafür eine Begründung. Er sagt, das ist eigentlich eine sehr lokale Ideologie, die im Raum von San Francisco entstanden ist und unter normalen Umständen wäre dieser Irrsinn auch lokal geblieben. Aber weil eben alle relevanten sozialen Medien aus diesem Umfang kommen, also YouTube, Facebook, Twitter damals, weil all das aus dieser gleichen Ecke kommt, haben sie einen weltweiten oder zumindest einen westweiten Einfluss darauf, wie der ganze Western tickt. Und damit wir ja Lösungen finden können, damit wir aus dieser Unfreiheit herauskommen, aus dieser denkfeindlichen, lustfeindlichen, humorfeindlichen Welt herauskommen, müssten wir ja erst einmal das Problem erkennen und beschreiben. Weil, wenn man das Problem nicht kennt, wie will man dann die Antworten finden? Wie will man die richtigen Fragen stellen können, wenn man die Urfrage, wie wir überhaupt in diese Situation gelangt sind, nicht eruieren können? Und da braucht es wirklich Geistesarbeit. Und mir ist es schon vor vielen Jahren aufgefallen, wenn du Podcasts hörst auf Englisch, du findest, ich habe früher wirklich auch versucht, linke Podcasts zu hören, aber sie sind einfach ideenarm. Es ist nur ein Nachplappern. Ein ewiges Nachplappern, so wie wir es jetzt mit diesem Vogue-Bullshit, mit diesem DEI und dem Zeugs alles erleben. Also Diversity, Inklusion und Gleichheit. Wir bräuchten Denker. Und es kann ja nicht sein, dass irgendwelche dahergelaufenen YouTuber wie ich jetzt quasi die intellektuelle Speerspitze dieser Bewegung, dieser Geistesbewegung sein sollen. Weil dafür fehlt uns wirklich, fehlt dem meisten von uns die Kapazität, die geistigen Kapazitäten, um wirklich das grosse Bild zu erkennen und zu beschreiben. Was man aber sagen kann, wir leben in einer Welt, in der politische Korrektheit die religiöse Korrektheit ersetzt hat. Aber es ist wieder eine Korrektheit und in normalen Zeiten, zumindest seit ich jung bin, waren es immer die Jungen, die dagegen aufgelehnt haben, aufbegehrt haben. Es waren die Jungen, es waren zuerst die Hippies und dann die Punks, die das einfach angefochten haben, die dieses starre, konservative, patriarchalische meinetwegen, hyperreligiöse, lustfeindliche Weltbild hinterfragt haben und zerstört haben. Aber wenn man heute so sich umschaut, unsere Kinder und Enkel, also die heute 15, 20-Jährigen, ich hatte nicht sehr engen Kontakt, aber sie scheinen einfach im Großen und Ganzen das Ganze mitzumachen. Ihr Rebellentum ist erstickt und das ist insofern erstaunlich, weil doch eigentlich es immer schon Aufgabe der Jugend war, das Herkömmliche, den Ursprung, eben die Eltern, Großeltern und so weiter, zu kritisieren. Die Hippies haben die religiösen Eltern in den Wahn getrieben und die Punks haben das auch gemacht. Und dann gab es so einen unpolitischen Abschnitt in den 90er-Jahren diesen Friede, Freude, Eierkuchen, Love Parade Bullshit, aus meiner Sicht, der absolut apolitisch war, aber auf seine Weise halt eben wieder die Eltern vor den Kopf gestossen hat, die eben selber Flower Power, Generationskinder sind und darum politisch aufgeladen. Und man konnte wahrscheinlich diese Eltern nichts mehr vor den Kopf gestossen, als mit unpolitischem, mit politischem Desinteresse. Einfach nur Party, Party, Party. Und dann kamen die Muslime, da kamen diese extremistischen Muslime, auch Schweizerinnen und Schweizer, die in der Schweiz geboren sind, einzelne Frauen, die Burke getragen haben und die sich aufgebaut haben, weil wir gewusst haben, das ist wieder eine Möglichkeit, um die ältere Generation zu schocken. und das war wahrscheinlich das letzte Aufbäumen aus meiner Sicht. Und seitdem haben wir keine jungen Wilden mehr, keine Halbstarken, wie die jungen Männer in den 50er Jahren hießen, die sich da eben ein bisschen aufgespielt und aufgeplusert haben, Gläderjacke, Marlon Brando, James Dean, all diese Zeit. Das ist irgendwie abhanden gekommen. Und ich frage mich darum, wo wir uns auf der Zeitachse befinden. Wenn man sagen kann, dass Mitte der 50er Jahre vielleicht das erste Rebellentum entstand, eben in Form von Marlon Brando, Easy Rider, Hellas Angels oder Harley Davidson und so weiter. Wann war das letzte Mal, dass sich die Jungen gewehrt haben? Vor den 50er Jahren. Wahrscheinlich waren das die wilden 20er. Das heisst, wir haben eine Lücke für die 30er und 40er Jahre, wo wir eine relativ konforme Jugend vorgefunden haben. Aber auch hier, ich bin ja kein Historiker, mir fehlt da das Wissen, aber wir sind jetzt keine grossartigen Jugendbewegungen aus der Hitlerjugend aus den 30er und 40er Jahren bekannt. Also es gab eine Durststrecke von 25 Jahren, wo die Jungen sich nicht aufgebäumt haben. In diesen 25 Jahren ist von Kommunismus zu Nationalsozialismus ja eben ganz viel Elend entstanden. Und dann eben in den 50er Jahren gab es dieses Aufbäumen, ich sage mal auch für etwa vielleicht so 35 Jahre, oder? Von Mitte 50er bis Ende, ja, bis Ende 80er. Kann man das so sagen? Oder die Globus-Kavalle und das gab es so noch alles. Ja. Und jetzt haben wir eigentlich wieder seit 90, etwa 35 Jahre lang wieder Konformität. Also es sind wieder 30, 40, 50 Jahre, das waren dann 35 Jahre Konformität, dann 35 Jahre Widerstand und jetzt wieder seit 35 Jahren eine relative Konformität. Und vielleicht wendet sich das Schicksal ja jetzt, dass wir ab 2025 eine neue Jugendbewegung vorfinden werden, die einfach nichts anderes will, als die älteren Generationen vor den Kopf zu stoßen. Und das müssen wir uns wünschen, weil ich wünsche mir selber, dass meine Zeit- und Altersgenossen so richtig schön vor den Kopf gestoßen werden. Ja, ich möchte gern Teil von denen sein, dieser Uropa, der da mitmacht, bei diesen nächsten Jugendkrawallen und Jugendprotesten und so weiter. Und ich glaube, wenn es jemanden gibt, der uns retten kann, der unsere Zivilisation, den Westen retten kann, dann sind es die Jungen, es ist die Jugend, die jungen Wilden, die neue Wege finden müssen, sich gegen das System aufzubäumen. Und ich erinnere mich noch Frank Seppa, als der gestorben ist, ich weiss nicht mehr, wann das war, Ende 80er, Anfang 90er oder so, da lief auf MTV eine Dokumentation über Frank Seppa. Und Frank Seppa hat da nichts anderes gemacht, in dieser Dokumentation auf MTV, also unter anderem hat er sich darauf konzentriert, MTV zu trashen. Also da kam eine MTV-Dokumentation über Frank Seppa, wie er MTV trashed. Und da habe ich gesehen, das System frisst alles. Es hat auch den Punk gefressen und es hat die Systemkritik gefressen. Und ich fand das am Anfang elendig. Aber heutzutage muss man sagen, ist diese Fundamentalkritik, wenn heute jemand stirbt, der unser System im Kern harsch kritisiert, dann ist es absolut aussichtslos, einen ARD, ZDF oder SRF Beitrag zu finden, wo neutral, ohne dass Stellung bezogen wird, diese Person, die die Institutionen kritisiert hat, zu Wort kommen würden. Unwidersprochen. Also noch schlimmer natürlich ist, als dass das System, die Systemkritiker auffrisst, ist, dass das System diese Kritiker erfolgreich einfach ignoriert. Und ich denke, es ist die Aufgabe der Jugend, neue Wege zu finden, um uns alle vor den Kopf zu stossen. Es muss eine neue Form von politischer Unkorrektheit sein, von als asozial oder antisozial empfundenem Widerstand. Es muss etwas kommen, was den Älteren, den Regierenden so richtig auf die Nerven geht. Und es muss etwas sein, das nicht durch Gleichschaltung der Medien wieder abgestellt werden kann. Und ich habe keine Ahnung, was das sein soll, aber ich denke, die Jahrzehnte und Jahrhunderte haben gezeigt, dass alles immer in Wellen kommt. Es ist ein Auf und Ab. Oder wie Roger Köppel in meinem Interview gesagt hat, irgendwann schwingt das Pendel zurück. Und ich habe schon das Gefühl, dass wir langsam an einen Ort kommen, wo der Impuls nach links endet und sich nach rechts jetzt wieder beschleunigt. Wobei ja nicht rechts per se die Lösung wäre, aber so scheint es mir. Und wir müssen irgendwie einfach hoffen, dass es junge Wilde gibt, meinetwegen Kriminelle, Leute, die Straftaten begehen, nicht Mord und Totschlag, aber einfach Leute, die das System so dermassen im Kern erschüttern, dass man gezwungen ist, den Status Quo zu hinterfragen, dass die Leute sich nicht hinter diesem Schein von Gutartigkeit verstecken kann. Weil das ist das, was die Vogue-Kultur eigentlich ist. Es macht den Anschein, dass es inklusiv ist, aber es grenzt Leute aus. Nämlich Leute, die anders denken. Und was das sein soll, ich weiss es nicht. Ich finde auch nicht unbedingt, dass es meine Aufgabe wäre, das herauszufinden. Es wäre die Aufgabe der Jungen, einen Weg zu finden, dass sie wieder ihre eigene Freiheit, meinetwegen am Rechtsstaat vorbei oder in Opposition zu unserem Staat, halt dann wieder erringen. und wir haben im Moment ja nur so Organisationen wie Antifa, die total langweilig immer den gleichen Hafenkäse behaupten und protestieren, die absolut keine politische Relevanz haben, die auch keinerlei politische Daseinsberechtigung haben, weil sie ja eben selber zwar Antifaschisten heissen, aber die grössten Faschisten sind und man weiss gar nicht genau, was genau sie fordern, mit was genau sie unglücklich sind, man versteht die Welt wirklich nicht mehr, aber es müsste etwas sein, das eine Urgewalt hat, wie es eben vielleicht ursprünglich mal die Antifa gewesen ist, die linken Bewegungen, die Hippie Bewegungen und so weiter. Und da gibt es in der Schweiz die junge Tat, die wird da hoch gechastet, zur rechten Variante der Antifa, aber ich finde jetzt da ausser sehr grenzwertigen oder unsympathischen Bekundungen, die wirklich an extremistischen Bildern sich orientiert, nicht gerade Ku Klux Klan, aber so ähnlich, das ist irgendwie einfach, das wird natürlich keine Traktion finden auf einem breiten Fundament, denn auch wenn sehr viele Schweizer oder Leute in der Schweiz geboren sind, natürlich auch leiden, dass in den Schulen immer mehr Ausländer sind, die die Sprache nicht beherrschen und so quasi einfach den ganzen Lärmapparat ausbremsen oder eben mehr Kriminalität oder Gewalt an Schulen herrschen, das ist das Rezept dagegen ist nicht, in der Anonymität Fäuste zu ballen und medial attraktive Schockbilder zu erzeugen mit Rauch und keine Ahnung Schallendrauch Das ist der Stand der Dinge an denen ich im Moment rumkaue vielleicht hat jemand von euch eine Idee was diese Lösung sein könnte ich weiss nur etwas das ich immer wieder erlebt habe in den letzten 50 Jahren oder in den letzten 35 Jahren wo ich politisch interessiert bin es kommt immer es kommt immer wieder etwas Überraschendes es muss nicht ein 9-11 sein die Welt ist voller Überraschungen und die Welt der Westen lächzt nach Ehrlichkeit er lächzt nach Freiheit er sehnt sich nach Authentizität und zwar nicht nach dem Marketing Sprüchlein dass er sagt schau was da authentisch ist diese pseudo authentischen Influencer oder so was genau das Gegenteil ist von authentisch wenn es Pseudo ist sondern echte Authentizität echte Freiheit diese Sehnsucht muss wieder geweckt werden und vielleicht müssen wir dafür noch mehr in diesen Totalitarismus in diese Lustfeindlichkeit Lebensfeindlichkeit hineintauchen vielleicht brauchen wir noch 10 weitere Open Air St. Gallen wo dann Posts erscheinen die wir können morgen werden wir nicht auf Social Media aktiv sein weil wir alle am Frauenstreik sind als ob das eine News wäre dass das Open Air St. Gallen einen Tag lang keine langweilige PR macht in eigener Sache also es ist alles so billig und trashig und verlogen und verloren man kommt man kommt nicht umhin daran ein Stück weit zu verzweifeln nun ja hoffen wir auf die Jugend weil das ist die beste Chance vielleicht gibt es auch ältere Kulturschaffende die einfach einen Weg finden die Bevölkerung zu schockieren ich habe das Gefühl es geht nicht mehr anders wir müssen einen Weg finden die Schweiz nicht unbedingt politisch aber kulturell zu schocken und nicht für die Schweiz gilt das es gilt insbesondere auch für die Vereinigten Staaten und Deutschland wir werden sehen ich bin gespannt auf eure Gedanken und ich wünsche euch einen schönen Abend tschüss mitter Land